Musik Die letzten zwei Tage haben wir in Adelaide in der Stadt verbracht und uns da ein bisschen auch in der BIP Strom und Internet gesaugt und jetzt sind wir aber wieder on the road und unterwegs in Richtung Westen und sind mittlerweile eigentlich auch schon so richtig im Outback angekommen und haben gutes Wetter. Musik Das ist schon sehr geil. Das beste Essen, was es gibt. Wir haben jetzt gerade die Nacht hier am Charcotu Rock verbracht. Das ist quasi so eine Ansammlung von lauter Felsbrocken mit einem Outback und deswegen werden wir jetzt mal eine kleine Morning Boulder Session starten und als Crashpad nehmen wir einfach die Matratze aus unserem Dachzelt. Musik 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 Manchmal muss man sich halt auch einfach gönnen. Musik 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 Musik